Jo Leute, heute das Metal Headset. Richtig fette Raketen, also riesengroß. Für 9,99€ bei Norma zu erwerben. Schönes Raketenset von Nico. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch viel Spaß. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das Timer auf. Und dann fangen wir mal mit den kleinsten an, mit der BS 410 und der BS 420. Richtig fest da drin. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der BS 410 erst an. Die hier. Und dann die BS 420. Boah. Also für so ein kleines Teil eine brutale Steighöhe. Und dann als nächstes die BS 420. BS 420. Easy. Easy life. Wunderschön. Sehr, sehr geil. Schöner Knall. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Mit der SP 700. Dann die SP 710. Und ja. Jetzt hat es raus. Okay, los geht's mit mit der SP 700. Jetzt aber. Ja, die hat ordentlich gescheppert. Aber dann haben mir sogar die kleineren ein bisschen besser gefallen. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der SP 710. Sehr, sehr schön. Oh, der Knall ist echt heftig. Den hält man nicht. So, Leute. Also, wir würden auf jeden Fall mal sagen, Raketenset ist relativ gut. Kommt leider nicht so gut rüber. Wahrscheinlich auf der Kamera, weil wir haben ziemlich nebel. Aber die Dinge haben einen heftigen Zerleger. Also scheppert richtig. Und für 10 Euro macht man bei dem Raketen-ZF nichts falsch. Deswegen deutliche Kaufempfehlung. Kauft euch das Niko Metalhead. Haut rein. Ciao.